ja willkommen mein name ist dann über die und ich begrüße euch zurück zur let's play dragon ball xx die wahrscheinlich letzte folge von den dlc ist wann auch immer die kommen werden in der letzten folge haben wir einige puppige nebenquests gemacht finde ich und da hinten sind schon und wieder ich nehme die mal wieder als meister einfach nur so oder mich zwei meister wieder wenn man ob wir neue sachen kaufen können fähigkeiten laden ich will nicht umsonst und so besiegt da ist der kampf kostet ja super wenn er mich jana kosmische anzug z kämpfer anzug kein für menschen und seien sagt wir eigentlich warum nix für menschen oder seien es der erdlinge uns jetzt aber bei zu alles häufchen stoppen was echt alles mit ok sagt mich dieser stock dieser köttel dran ist so mache ich schön ja das ist das von drslamm kam ja auch in dringend vor warum haben wir hier sagt kaufen können ich schalte dich aus der von superstation 3 go geht hat von super schädel long hier bräuchte eine neue sache ok das war sehr kostspielig meine sache bin ich gehalten können wir leider keine reinkaufen ich kann nicht verbinden was agent 3 gogeta ist so nun kennen Was? Aua. Na gut, dann rufe ich mal auf den Schnuck. Die letzten beiden Schaffe. Obwohl ich sehr viel Angst habe. Warte mal. Dein Eifel stellt viel Gesundheit bei allen Verbündeten wieder her. Das ist glaube ich besser als hier so eine normale. Ich glaube auch von mir ein bisschen heilen. Nur belegt das auch Leute wieder, die schon gefallen sind? Weiß ich nicht. Werde ich ja auskennen wahrscheinlich. So, jetzt wird es heftig. Kannst du was für die Tiger Gin Krieger oder die schlimmste Berserker? Siege Brody, besiege Songborn, Piccolo und Vegeta. Das ist auch Brody dabei. Da ist Son Goku dabei. Also machen wir erst mal das hier. Und da ist Son Gohan dabei. Machen wir erst mal das hier. Wir halten uns nicht zurück mit den unstärksten Leuten hier mit. Und zwar... Dogata. Wer ist stärker? Dann duzt so ein ganz klein bisschen stärker. Da sind wir die beiden Fusionen. Nehmen wir die beiden Fusionen. Da fehlt auch noch eine Frau. So, jetzt habe ich indirekt vier Leute mit mir. So, schaffen wir das? Nein, glaube ich nicht. Ja, wie viele Leute da kommen. Aber ich bin mir vorher schafft das schon irgendwie. Wer redet da? Wir haben alle so eine Aura. Die. Ich bin mir gefragt, ob ich eine Mene-Signalität habe. Weil wir alle TP im menschlichen Bereich habt ... Ich werde das nicht schaffen. Ah, du bist... Son Goku in Ginyo. Nein, Ginyo in Son Goku. Rapper. Oh, ich liebe es. Sehr gut. Warum triffst du nicht? Oh. Okay, vier Gebiete. Ja, das ist schon irgendwie schaffig. Level 8, hallo. Das Level ist der. 52. Stunt ihn voll. Ich bin ein bisschen blöd, dass unsere Kampfcharaktere nicht mal ihre Ultimates einsetzen hat. Das finde ich auch ein bisschen blöd. Also, du musst gegen drei, vier Leute kämpfen und vernehmen potenziell alle ihre Ultimates auf dich feuern. Aber deine eigene Charaktere haben gar nichts. Was? Oh, was? Ja, das... Mann, er ist doch so krank, ey. Oh, hier. Wenn du mir so kommst, komm ich auch so. Oh, du spürst mich mal hoch. Oh, du spürst mich mal auf die schwachen. Okay, jetzt komm ich mal hoch. Oh, du spürst mich mal. Oh, du spürst mich mal auf die Schlage. Ich brauche so viel Schaden. Ja, was soll das? Die kommen einfach so kurz hin, schlagen mich und haben dann wieder ab. Was soll denn das? Ja, ich brauche die Scheiße. Boah! Na... Was sinds du denn denn? So, einer von dich muss jetzt mal verrecken. Danke. Ja, du auch. Hab ich beschlossen. Danke. Nein. Nein. Haltet den mal kurz auf, ne? Oh Gott. Und zack. Das ganze gleich nochmal. Das ist meiner Meinung nach schlimmere Charakter. Ja. Ja, das Ding ist auf jeden Fall besser. Ja. 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 Hör auf damit, Mark. Mark ist die Samerzeitung. Er hat einen Begriff danach. Jetzt ist der Samerzeitung schon wieder besser. Ich habe da irgendein Kind gehört, der ist noch hier. Oh man, warum hängst du irgendwie aus? Aber das könnte man zeitlich so gar nicht schaffen. Boah! Wirklich strahlend kreuzen, Mann. Aber wir haben jetzt alles fertig gemacht. Wir haben schon Freeza, wir haben schon Cell. Wo haben wir schon? Wahrscheinlich gleich noch ein Broly. Vielleicht in einem anderen Traum von wo. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich weiß, dass ich das Ding jetzt abfeuere und der trifft nicht. Doch der trifft. Aber wer kommt jetzt? Sagt euch anderen Frauen von wo. Die tun alle viel einstecken. Was? Oh echt? Was? 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 Die trifft eigentlich nicht so viel aus. Wir haben wahrscheinlich so einen Blacktail. Ich bleibe so weit von meiner Ultimex hier. Ich wünsche euch bitte mal einander treffen. Ich kann es ja schon viel mit anderen. Bei Gotengs bin ich nicht getroffen anscheinend. jetzt machen sie auch nicht zu, ne? versuch dich fein, die ganze Zeit zu treffen, ne? ich treff nicht immer mal, den Schatz zum Teufel Alter ja, kennst du die Attacke? ja, ne, wenn... oh, Kisto ist schon recht groß Gogeta ist kaputt, ehrlich? Alter, tier, ne? weiß nicht, ob die die verfolgen, die... was? 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 ja, ich glaube, ich hätte meine Gruppenenergie vielleicht aufsparen sollen so... oh, das war... die Fähigkeit bekommen, wenn ich das hier lebendig rausschaffe na, ich bin den angeknappeln was? 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 ich... 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 und er ist auch leicht tot und er ist auch leicht tot du bist du nicht wie du willst grabben auch immer stein wieder ja so ein bisschen hilfe ja gut der belebt direkt eh wieder mann wir sind langsam heftig hier ist das mann ja ich bin danach kommst du noch weg nach oh sehr gut man das ist zu heftig hier ich wünsche ich hätte meine hohen energie noch mal mal ok ich glaube da kann ich noch was machen ehrlich dass ich mal irgendwie chillen oh piccolo ich will aufs hongoran losgehen verpiss dich natürlich jetzt nicht auf piccolo los und dann kommt es hongoran auf mich los das ist immer so typisch ich glaube das schoppe ich doch nicht ich dachte ich schoppe einen boeuschen gar nicht für duke aber wirst du dich mal Ich hab immer die Leute auf den Schluss, ne? Lässt du mich mal in Ruhe? Das ist so nervig, ne? Warte mal! Nein, blickst du auf! Jetzt bin ich tot! Warte mal! 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 selbst von begegnen der heilig heilig ist nicht mehr der politik in saut der die folge nachgabe zu bergstingen Ich wünschte, ich hätte mehr Gruppen-Energie mitgenommen. Jetzt spame ich diese Watt-Fall-Watt-Zweifel. Oh, die Schoppe da. Oh, die sind ja wieder blöd. Kannst du auch machen wie möglich? Boah, danke. Der hat's doch vorgeschwissen. Oh, ich hab's geschafft! 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 Oh Gott! Ich rüste mich mal mit ein paar anderen Sachen aus. Mit ein paar Heilsache. Oh, jetzt können wir doch noch schaffen. Los, das schaffen wir. Huff, jetzt bin ich... Dich mach ich vielleicht so hoch. So, eine Mission noch. Äh, Kampfobjekte. Gruppen-Energie. Und Gruppen-Energie-Set. Machen wir mal. Damit müssten wir eine Weile überlegen. Und die tue ich jetzt nicht sofort einsetzen. Aber schon, die letzten müssen wir auch noch schaffen. Mission 54. Ich hab's gar nicht, was danach noch kommt, ey. Du bist dran, dran. Ich hätte gerne ein Urkalkam. Wahrscheinlich kommt der am Ende, ne? Wahrscheinlich kommt hier am Ende... mit Dingern ist hier. Mit, äh, Shenlong. Deswegen kann man auch die Sätze hier dann aber kommen. So, ich bleib mal bei. Hier. So, wir haben das vorhin geschafft. Dann werden wir das ja wohl auch schaffen. Ja, wie viel Frust und Trauer es uns auch kostet. So, komm an mich, Bro. So, erstmal die Saiyajins. Saiyajins. Wow, ist das süß. He, he, he. So, du sagst mir, die müssen ohne das Spiel einfach als die letzte. So, wir setzen sie nicht so auf. Die Kai von den Befärten ist echt groß. Wenn die nicht auch so Broke machen kann. Die Kai von den Befärten ist echt groß. So, wir hatten auch nicht viel aus gut. Oh, wir hatten auch nicht viel aus gut. Wir hatten auch nicht viel aus gut. So, jetzt kommt es Kamekame. Ja, ja, ja. ich glaube die sind ja viel einfacher weil das nicht so überporte Versionen sind ja das ist viel einfacher als ich den fertig mache das keine kapitel verloren erst mit die ich da kommen noch ja stimmt also ein Gletscher kommt auf jeden Fall ein Bürojagd weil ich so im Himmel ok danke oh Gott das hat er im letzten Moment durchgekommen das ist eine gute die das ist eine gute das ist eine gute die 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 Es wird so lange sein. kam ja im jahr einsetzen kann das ist eine mission er wird nur ein sind das hast du das so lebt uns das war auch jetzt mal aber trotzdem das ja das war immer noch ein weib und wie geht das bei dem helft geht er nicht so viel aus das ist doch ja die attacke war das Manchmal, wie geht das Ding in Ausrüstung zu? Wie kannst du mal... Kann man nur so einen Ausreicheingriff hier mit einem Ausreicheingriff konntern? Ganz ehrlich. Blöde ist tot fang. Aber halt haben wir auch. Schau mal. Jetzt haben wir ein bisschen Kaffee. Oh, verloren. Dass er nur wieder diesen Ausreicheingriff früher mal gespandt hat. Das kam mir jetzt auch vor. Mit Trap macht das jeder. Alter. Geht immer noch weiter. Oh, weg der Pferd. Am Ende war eine super Zeit, als ein Pferd-Gegner kommt. Aber jetzt lassen wir das. Aber das ist ein cooles Ding. Äh. Die sind 10 Ball. Man sieht so richtig aus. Man macht uns ein bisschen Spaß. Ich mache das. Ich habe das. Ich habe das. Ich mache das. Ich habe das. hochwerten das war ich mir auch getrunken letzte vorstellung da mit dem fall bleibt nur übrig war so lebt Da verwandelt er sich... Spoiler, er ist ein Super Saiyat. Jetzt wird schon wieder übel. Komm es von Goku drinnen sehe ich schon wieder ein Super Kamerabea. So klingt nicht. Warum haben sie in den Super Saiyat war doch nicht irgendwie in diese Parallel-Quest reingepackt. Ganz ehrlich. Es ist doch angeboten. Hier ist aber gerade eingesetzt. Was ist das? Oh Gott, was ist das? Oh Gott. Es wäre ja nicht so schlimm, wenn die lange ihren Angriff wären. Es wäre immer auf einen selber gerichtet. Wenn dieses Gesicht erscheint dann ist er auf einen gerichtet. es ist irgendwie nicht immer die andere machen So, komm her. So, nochmal, gar nicht. So, jetzt haben wir. Genau. Kupperschein-Stift mehr. Das wäre schon die Ultimative. Aber er geht noch weiter. Wer kommt denn jetzt noch? Broly kommt jetzt noch. Wer käme danach? Wiederbelebter Broly oder so? Oh, Broly gegen Broly. Warum sieht denn der größer aus als unser? Da kommt mir halt nur noch vor. Kakao? What? Kakao? What? Kakao? Kakao? Oh Gott! Deswegen möchte ich eine Karte ein. Da! Wie gesagt da! Wo ist ich wieder? Ich will nicht unter Buris Rock sein! das kommt ein so da ist aber kein und da ist eine toga oder irgendwie so jedenfalls offiziell haben davon das ist ja einfach abdruck gut ist jetzt immer noch 80 da musste sein es hat den seiten ausreichend überhaupt vernünftig jetzt dennoch und respekt und keine ultimative schade nix bekommen der ganze stadt wird gar nix na gut egal außer ganz geschafft damit haben wir jetzt alle parallel ist story parallel ist alles vorbei gibt es hier nichts zu sagen ihr könnt jetzt weitergehen ja 100 100 ja sehr gut seht euch das an alles müssen noch jenseits der erinnerungen was mit den beiden passiert keine ahnung wahrscheinlich irgendwie per dlc eine erklärung man weiß es nicht jedenfalls wir sind hier fällig und kann jetzt erst mal schillen und wie gesagt wann die die jetzt kommen keine ahnung aber irgendwann kommen sie schon wenn ich weiß ja nicht wir sind zeit habt ja welche schon irgendwann einpacken werden ja nicht so lange dauern nämlich an gibt glaube ich drei oder drei die jetzt ist wenn ich irre und ja sagen sie euch erst mal wir sehen uns dann irgendwann in der nächsten folge wieder von let's play dragon boy xenoverse ich bedanke mich aller herzlich für zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge bis zu wir 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 Vielen Dank.